heute kurzes video ich habe es nämlich im letzten video vergessen den gewinner zu ziehen für diesen 10 bitcent chip und ja das machen wir jetzt ganz einfach wir gucken jetzt mal wer gewonnen hat du solltest ja kommentieren einfach aufs team mit dem hashtag steam aber wir gucken als allererstes noch mal ganz schnell auf coin market cap drauf ja was ein bitcent chip gerade wert ist beziehungsweise nicht der chip sondern die währung 1 dollar 51 also sind 15 dollar 10 10 bitcent sind hier drauf wir gehen jetzt hier auf den screen drauf ich gebe jetzt hier einfach mal den artikel ein ja wo du kommentieren solltest und klicke auf pick random winner und der gewinner ist ja unterwegs ist der username mit dem comment heute muss es endlich mal klappen hashtag steam unterwegs herzlichen glückwunsch schreibt einem e mail an info dennis korai.de mit deiner postadresse und dann schicke ich dir diese 10 bitcent zu wenn du die einlösen willst ja einfach auf der rückseite beziehungsweise das ding hier ab abmachen und dann kannst du den private key auf der rückseite scannen oder du lässt es einfach auf dem 10 bitcent chip drauf ja und ja freust dich über deinen gewinn also das war's von mir wünschen schönes wochenende bis dahin wie immer mal schwenkt gut der zweite forces of evil im bitcoin and cryptocurrency wie trust